Meine Damen und Herren, einen herzlichen Applaus für die Trägerin des Förderpreises der Stadt Mainz, Lisa Eckhardt. Kluedo und Geschlechtsverkehr. Zwei Dinge, die ich gern öfter betriebe, bräuchte ich dafür nicht immer zwei bis fünf Mitspieler zwischen acht und 88 Jahre. Da gehe ich doch lieber ins Pornokino, wo Sex zu seiner wahren Bestimmung findet. Das kollektive Onanieren ist ein soziales Event mit autistischer Autarkie. Die einzige individualistische Massenbewegung. Hegel sagte dazu immer, man ist dort unter und für sich. Ja, aber das Pornokino ist ein weiteres tragisches Opfer des Internets, das uns schon sehr viel Schönes genommen hat. Allen voran den restriktiven Zugang zu Wissen, der schon durch die Alphabetisierung der Unterschicht sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und jetzt auch noch die Pornokinos, wo diese Industrie eh schon mit so vielen Vorwürfen ringt. Es heißt immer, Pornos seien monoton, frauenverachtend und unrealistisch. Wer sich gern über unrealistische Filme beschwert, spricht hoffentlich ein ernstes Wörtchen mit Alec Baldwin über das vermeintlich lautlose Magnet hydrodynamischer Antriebssystem in Roter Oktober. Machen allerdings ja wenig. Doch bei den Pornos wird gejammert. Immer diese makellosen Weiber mit ihren Silikonatlanten, mit ihrem Nadelöhrgeschlecht und dem so weißgebleichten Anus, dass man beim Anblick schneeblind wird. Und erst das Gemächte des Mannes, dieser unsinkbare Schlagbaum, an dem sie einen Felgaufschwung macht. Wieso sind das nicht normal, durchschnittlich unattraktive Menschen wie du und du, die authentischen, grausligen Sex haben, der nur deswegen nicht als Vergewaltigung gilt, weil ihn beide gleichermaßen nicht wollen? Das ist schon lustig, oder? Wenn einer was tut, was der andere nicht will, ist es ein Verbrechen. Wenn zwei was tun, was sie beide nicht wollen, Demokratie. Äh, ja. Naja, aber nur wenn man guten Sex verbietet, ist ihrer darum trotzdem schlecht. Sie werden auch ohne Ideale scheitern. Sie lügen ja auch ohne die Wahrheit zu kennen. Es gibt also keine falschen Ideale. Es gibt nur das Ideal und es gibt Sie. Ob das Ideal nun schlank, fett oder dreibeinig mit 40 Verrunkeln ist, die Konstante daran bleibt, Sie selbst werden es niemals sein. Ist Ihnen das nicht Trost genug? Aber gut, nein, 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 Sie haben natürlich recht, verbieten wir die Pornos und die Kochsendungen, weil die liefern ein unrealistisches Bild meines tatsächlichen Kochens. Ein Soufflé dauert bei denen immer 15 Minuten. Bei mir hingegen natürlich fünf Stunden, weil ich in meinem Herrenhaus die Küche schon mal gar nicht finde. Ich orientiere mich dann meistens an der Hautfarbe der Bediensteten. Die wird nämlich wieder heller, je näher man der Küche kommt. Ja, weil beim Essen, da soll man nicht sparen. Ein Big Black Cock, das ist die beliebteste Pornokategorie. Ein Big Black Cook hingegen ist eine Schreckfigur aus Romanen von Mark Twain. Doch selbst wenn ich die Küche finde, geht der Irrsinn ja erst los, weil ich nach dem Hantieren mit einer Raspel immer so aussehe, als hätte ich Stigma da. Und weil ich, die ich imstande bin, Ehegatten voneinander, Geistliche vom Zölibat und jeden Mann in der Familie von seiner Inzestangst zu trennen, es nicht schaffe, Totter und Eiweiß zu entzweiden. Und das deprimiert mich dann, wenn ich sehe, wie im Fernsehen alles flutscht. Da gibt's kein ungeschicktes Vorspiel. Da ist alles vorgeheizt und ausgebuttert wie Maria Schneider. Nichts fällt zusammen, nichts rennt aus, nichts reißt ein. All diese hochkomplexen Vorgänge, die kein normaler Mensch beherrscht, die fassieren den Trutern von vorn und von hinten in einer Double Penetration. Fistet Johann Lafer dieses Fisch. Dann greift er zu den Bondage-Seilen und schnürt die Rouladen so pervers, dass es aus allen Nähten saftelt. Dann schiebt er den Braten bis zum Anschlag in den Ofen, dieses glühend heiße Glory Hole. Worauf, was ihn erst richtig geil macht, er ihn immer wieder rausholt, reinschiebt, rausholt, reinschiebt und mit dem eigenen Saft übergießt. Und unentwegt dieses Gestöhne, was man nicht sieht, weil es sind ja immer nur Nahaufnahmen, Nahaufnahmen auf die Hände, wie sie den Teig penetrieren, alles ist so kalt. Ich sehe nicht die Gesichter der Köche, ich sehe nicht deren Emotionen beim Kochen. Und überhaupt, es gibt keine Vorgeschichte. Die kommen in dieses Studio und legen sofort los. Ich weiß ja nicht mal, wieso kochen die jetzt? Wollen die das überhaupt? Oder werden die dazu gezwungen? So eine Art Snuff-Cooking. Und überhaupt, so ein Fernsehkoch, kann der bei sich privat überhaupt noch normal kochen? Oder ist der bei sich in der Küche völlig frigid? Und wie geht es da der Partnerin? Wenn der eigene Ehemann jeden Tag für andere kocht, für ein Millionenpublikum, graust es einem da nicht vor diesen verbrauchten, ausgeleierten Händen? Und überhaupt werden in diesen Kochsendungen immer nur die traditionalistischen Geschmäcker bedient. Immer diese Heteronormativität aus süß und salzig. Wieso kocht niemand mit Asbest? Es gibt sicher einen Menschen da draußen, der gerne Asbest isst. Wo sind die Kochsendungen für den? Aber eines muss man ihnen zugute halten im Vergleich zu Pornos. Kochsendungen würdigen Frauen nicht herab. Weil die kommen zum Glück ja gar nicht vor. Ganz anders als im Kabarett. Allein heute Abend. Unglaublich, oder? Zwei Frauen als Preisträger. Das ist natürlich sehr perfid. Weil die Simone Solga und ich uns jetzt unentweckt fragen, tja, wer ist jetzt die Quotenfrau? Und wer macht gutes Kabarett? Aber es ist schon unglaublich. Das ist jetzt mein vierter Förderpreis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es satt. Ein Förderpreis. Dieser rostige Katheter, der mir in die voll funktionstüchtige Blase gerammt wird, um daraus Dank zu destillieren. Damit man einstens sagen kann, stolz wie Paul von Hindenburg. Wir haben es von Anfang an erkannt, unterstützt und dann verleugnet. Weil das schwöre ich Ihnen. Und jetzt fördern Sie mich. Und in 10 bis 20 Jahren will es dann wieder keiner gewesen sein. Die einzig sinnvolle Förderung, die ich auf meinem Werdegang erhielt, das war das Pressen meiner Mutter. Ohne das wäre ich wohl nicht so weit gekommen. Doch was Sie hier anzustoßen wünschen, ist eine längst losgetretene Lawine, die wird auch Ihre Förderung nicht verhindern. Ich nehme den Preis natürlich an. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Sie haben mir ja zugedacht, da ist der Schaden schon passiert. Ich kann ja nicht abtreiben, wenn das Kind schon eingeschult ist. Außerdem will ich das Geld. Ich meine, 5000 Euro sind drei Versace-Hemden. Oder 50 Gramm Kokain, eingewickelt in zwei Versace-Hemden. Okay, ich weiß, jetzt denken Sie sich vermutlich, aha, die Eckert ist also nicht am Boden geblieben. Da frage ich nur, was heißt geblieben? Wer den Boden je berührt hat, ist von ihm hoffnungslos verseucht. Lang bevor ich je Erfolg hatte, bin ich mir selbst zu Kopf gestiegen. Aber gut, der Erfolg ist etwas mühsam, das gebe ich zu. Immer diese Interviews mit der beliebten Gretchenfrage. Ist das eine Bühnenfigur? Sind Sie das selbst? Wie sind Sie wirklich? Zeigen Sie uns die Eckert an sich. Dass mich der Drang befällt zu sagen, mein lieber Freund und Kupferstecher, du willst nicht wissen, wer ich bin. Du willst das einzig Wissen wollen und du willst glauben, es zu wissen. Nun darfst du glauben, was du willst. Wenn was du willst, du willst. Glaubst doch, weiß auch mancher, was er will. So will doch keiner, was er weiß. Denn was man weiß, das glaubt man nicht. Und willst du eines mehr, den wollen, dann ist es willenlos zu glauben. Doch wer einmal glaubt, dem glaubt man nicht. Weil er was wirklich und unwirklich ist, steht es nur mit zweierlei Mittelmaß. Und nur weil Descartes einst im Stand war zu denken, heißt das noch lang nicht, dass du bist. Aber das wäre unhöflich, gell? Darum bleibe ich ruhig und denke mir, what would Jesus do? Und wir alle wissen, er hätte eine Peitsche genommen und sie ihm in die Fresse gehauen. Das hätte er gemacht. Besten Dank. Applaus Ja, all my eyes and eyes. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.